Was soll das? Was soll das? Der Aftershave klebt in der Luft, warum hat er mich gleich meins genutzt? Was soll das? Was soll das? Sagst, er tromt ab jetzt bei dir, dann zeigst du stumm auf die Ausgangstür. Was soll das? Was soll das? Du kostest gerade sein Leib, Gewicht meiner Faust, will unbedingt in sein Gesicht und darf nicht, sie darf nicht. Von Verlegenheit, überhaupt keine Spur, wer ist noch Wahres ohne Natur? Was soll das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020